Oh mein Gott Freunde, heute ist es der Tag der Tage, auf dem ich schon lange gewartet habe. Infovideo und normales Intro Hamburg Video zugleich. Los geht's mit dem Video. Oh, ein gelbes Auto, wie geil. Wir haben es natürlich Freunde schon seit ganz langer Zeit geschafft und zwar, wir haben hier 6000 Abonnenten auf YouTube geknackt Freunde. Dafür wollte ich mich nochmal richtig krass bedanken und damit haben wir auch, also man kann die schon, also Mitgliedschaften kann man schon ab 500 Abonnenten freischalten, aber man braucht halt 3000 Aufruferstunden Zeit, deswegen war ich auch immer so viel live, weil ich die Zeit brauchte. Und ich war auch eureretwegen live und zwar. Und Freunde, haben wir es geschafft Mitglied da zu erstellen. Ja Freunde, auf jeden Fall haben wir 6000 Abonnenten geknackt. Dafür wollte ich euch nochmal ein bisschen Geld senden. Also 6000 Abonnenten ist gleich 6000 Geld, bei 5000 hatten wir auch 5000 geknackt. Und das ging ja übel schnell Leute. Also wir hatten vor zwei Wochen oder so, vor anderthalb Wochen vielleicht, hatten wir noch 5000 geknackt ungefähr. Und jetzt haben wir 6000 geknackt. Leute, wisst ihr was das heißt? Das heißt, wir senden die ersten 1000 an die erste Person. Und zwar, wir gucken mal, wer mir geschrieben hat. Ähm. M-I-K-A-D. M-I-K-A-D. Okay, der Polizeitrick funktioniert bei mir nicht. Geld senden. Äh, tippen wir mal ein. Ähm. M-I-K. Ja. Der funktioniert aber nicht. Ähm. Ja, ihm senden wir jetzt 1000 Leute. Ein. Komm erst Zuschauer von mir. Den senden wir gleich 3000. Dann können wir ihn weiter senden. Also Leute. Ja, ja, Zuschauer. Also senden wir ihn 3000. Okay, gesendet Freunde. So Leute. Auf jeden Fall, Freunde. Das heißt für uns 4000 Abonnenten nur noch. Und dann werden wir das geheime Gesicht von diesem Kopf hier zeigen, Freunde. Ja, dieser Polizist, der, die, die sind so doof. Also ich werde bei 4000 Abonnenten mein Gesicht zeigen, Freunde. Ähm. Ich schreibe euch mal bitte, Freunde. Also wenn der mich jetzt loslässt, kriegt der kein Geld. Ich wollte ja eigentlich Geld geben wegen guten Job. Aber naja. Okay. Natürlich. Für unsere Zuschauer. Warte, ich schreibe mal eben. Ich hoffe, ich logge ihn nicht in die Falle. Ich schreibe mal eben. Komm. Zur. Bank. Leute. Auf jeden Fall. Ich wollte mich noch mal. Ich wollte mich noch mal übelst bedanken bei euch, Freunde. Dass ihr so fürchtlich zu mir wart. Und so. Ähm. Dass ihr mich immer so pottet habt. Und so. Ja, mit einem Hacks. Also das wurden nur von meinen Freund Videos geschickt. Also bei den Short Videos. Ja, Freunde. Auf jeden Fall sind wir jetzt die Dinger. Und wir sehen uns, wenn er endlich hierher gekommen ist. Der aber, wie viel Polizisten. Der, fünf Polizisten. Ich tue jetzt so. Ich tue jetzt so, als hätte ich jetzt eine Bombe. Ich tue jetzt so, als hätte ich eine Bombe. Die rennt mir alle hinterher selbst. Die rennt mir jeder hinterher. Jeder rennt mir hinterher, wenn ich so tue, als hätte ich eine Bombe. Ja, 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 ja. Hier. Hier tue ich so, als wäre ich hier reingemann. Ha! Die wollen mich ja alle festnehmen. Ha, der, die sind anders los, die Polizisten. Der, es ist ja so los, der. Die versuchen mich ja alle festzunehmen, kriegen minus XP wie Sau hier. Also, guck mal hier. Also, das ist ja anders los. Mal sehen, ob er schon da ist. Ey, haben die nichts besseres zu tun? Gibt's auf dem Server, der ist voll genug. Keine, keine, ne? Wir wissen schon, was ich meine. Egal, Freunde. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich mich nochmal kurz bedanken. Komm, ich sende es nochmal an random Leute. nochmal 1000 Leute. Wenn ihr Geld senden an... Ja, komm. Wem senden wir Geld von meinen Zuschauern? Ja, komm, wir sind mal auf die Ausdruck so. Livio. Livio ist kein Zuschauer. Livio. Senden wir jetzt einmal mal Geld. Ich hoffe, ich hab den Namen richtig geschrieben. Ja, okay. Weiter. Ah, okay. Na gut, das ist ein bisschen doof. Das können wir nicht machen. Okay, wir senden nochmal Mika. Mika senden wir nochmal 3000. Mika. Also, Freunde, wenn ihr jetzt auch dabei sein wolltet, nächstes Mal. Mal.